Wir scheinen, machen wir Pull-Timer. Ich hab's auch great. Was? Pull? Weiß. Alter, das Schwein. Das Schwein. Was mit Podias? 3... 2... 1... 1... Also das war jetzt nicht 3, 2, 1, ne? Wenn ich Anemies guck, dann irgendwie... Keine Ahnung. Die werden dann immer so schnell nackig, ne? Was? Jetzt müsste ich mal gucken, ob mein... Huhn. Äh... Huhn. Ich hab nur zwei... Ne, ich hab nur zwei Pets mit. Das kann... Kr, Alter. Haha, geil! Meine Schildkröte! Nein! Jawoll! Nicht als Pat mit! Geil! 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 What the fuck? Best day ever! Der Daria ist immer stylisch unterwiegend. Geht so. Warum lacht ihr jetzt? Seid so gemein! Einfach der Überdamageier. Riemeln bleibt stur. Und unser Hunter. Die Zensur. Hallo? Könnte Bojas seine Freunde fragen, ob die nicht putschen wollen oder so? Komplett Europa putschen. Hinter das Kicken, sonst bin ich eingefroren. Okay, ich bin eingefroren. Hinter die Mauer, hinter die Mauer, Leute! Riecht die zu Fall, Legolas! Oh! Oh! Nein! Ich hab auswesend das falsche Pad draußen. Ah fuck. Wir sind in dem englischen Original, da reden die ja englisch, ne? Wenn ich das so dachte. Was? Lebt doch in dem Traum, denn ihr wird weh! Da war da so ein Junge, der hat immer so Steinplatten gesammelt mit so einem grünen Vieh dabei, mit so einem Auge und so. Monster Ranger. Ja, Mann! Ich hab voll gern geguckt als Kind, ne? Ja, der hatte ja auch dieses Kükenvieh, was außer wie so ein Reiskuchen, weswegen Smotchi hieß. Ja! War das die Serie mit diesem riesigen blauen Auge? Ja, genau. Allerdings... Allerdings ist es weder blau noch grün, sondern gelb gewesen. Aber ansonsten nach der Richtung. Wieder eine andere Bau. Ich dachte wahrscheinlich, er hilft die Monster AG oder so. Ich bin schwul. Egal. Hurra! Aber Ranma 1,5 oder wie das heißt, ist ja auch eher so ne... Schon so ein bisschen sexistisch, ne? Ja. Mh, ein bisschen. Da war ich mich schon aufhändig gefühlt manchmal. Mein Ausstieg aus der Anime-Zeug war dann, als Naruto und so kam. Das war gar nicht meins. Das einzige Geile an der Serie war die Zeichnung des Curry-Reises. Tweet mal, das einzige Geile an Naruto ist die Zeichnung vom Reis. Kommt das gut an? Ich denke. Mach's nur so, Hashtag Reap sind scheiße oder so. Oder Reap sind keine Menschen. Warum? Ich hoffe, alle Anime-Fans verrecken. Stehst du auch auf dicke? Nein. Warum bist du mit Prof? Guck zu, ich kann mein Pad wieder tauschen. Geil. Oh Gott, nein! Und Hein! Oh nein! Jawohl! Der Hunter wieder! Der verkackte Hunter wieder! Und jetzt der schon mit uns. Ja! Nein! Nice! Easy peasy! Ich applaudiere euch! In time! In time! Zieh! Ohhhh! Ach du Scheiße! Wen das? Was macht denn der? Was denn jetzt? Oh mein Gott, sorry! Was? Er hat bestimmt Autorun angemacht. Hat die Hose sich angeguckt! Genau so! Oh mein Gott, sorry, Missclick! Er pullt den halben Dungeon mit Missclick, Alter! Der Russe, wenn er mal Missclick! Der Russe wieder! Stealth! Stealth, you! Alter, er ist festgebuckt! Ist das euer Scheiße? Ich krieg wieder ne Einhandwaffe, das kann doch nicht sein! Vor allem, wir stehen hier 5 Sekunden und er erpillt dich instant an, Junge! Du kannst doch diesen missgestellten Pferdemenschen nicht interstellar bombardieren! Was ist denn mit dir? Yo, Craft! Was ist denn WoW 2019? Exakt das hier, Alter! Exakt das! Ich muss sagen, dass ich die Handbewegung vom Jinyu sehr bedenklich finde, wenn ich die Kamera raushole, Alter! Okay, ich seh' leider nicht! Achte mal einfach auf meinen Arm jetzt, Alter! Pass auf! Alter, das ist Zatrodu! Zatrodu guck dich schon wieder an! Ja, weil ich den cooleren Namen habe, deswegen! Wir haben Vajana! Das ist der Gilde Bös Adipös! Tobi, lass mal Drachenlord besuchen! Nee, ist so anstrengend! Übelst geil, wenn man statt Tränen beim Heulen so übelst heißes Fritteusenfett ausscheiden würde und sich dann in die Sicht übrigens verbrennt beim Heulen! Tobi, ich möchte, dass du Fantasien hast, wie du die Void dodged! Nice! Nee! Alter, hast du echt nicht, du Penner! Was ist denn mit dir? Ja, ich mach' hier gerade was! Ich hab' gerade, äh, für Junggesellenabschlid was geschrieben! Mhm! Haben sie gefragt, welche Größe wir fürs T-Shirt haben möchten! Habe ich Z-Thing geschrieben! Schreib' einfach den Gildennamen hier von dem Shami, Alter! Nee, von dem... Nimm du! Du bist Adipös! Nimm das! Nimm das! Irgendwas funktioniert mit meiner Kettenheilungsanimation hier überhaupt nicht! Sieht alles sehr seltsam aus! Alter, hier sind wilde Goblins hier! Ja, das ist... Ah! Toll! Ich schwebe! Zauberer! Hände ich! Hallo! Was war das? Ich war doch nicht mehr da! Der Fehlklick von dem dicken Mann! Oh, Tobi! So ne Art Jesus hier, unter Wasser Jesus, Alter! Ich hatte grad gedacht, das werden wieder irgendwelche Grafik-Bugs auf einmal! Ja, auch wenn man senkrecht nach oben schwebt, Alter! Grafik-Bug, man kennt ihn! Ey, ich hab hier irgendwo festgegangen! Ja, diesen Pilz da oben hier! Sollte wieder mehr rauchen, finde ich! Ja! Ja! Ich muss jetzt mich nach vorne teleportieren, oder was? Ja! Na Hause teleportieren!